Asse bei Jolie. Hat sie die nicht heute schon mal? Ne, das war unser Barca. Und oh, sie geht nur mit. Kannst checken oder hören? Checken. So, ich bin so gespannt auf den Flop. Wenn jetzt eine Dame noch käme im Flop, dann würden sich die anderen beiden auch wohlfühlen. Dann könnte es vielleicht schon die allerletzte Hand sein hier im Turnier. Dame 2-2 oder sowas. Keiner hat was getroffen, ich denke mehr. Josef wird auf den Voraus gehen. Asse. Jetzt wird sie ein bisschen was setzen. Und ich glaube, dass das Ganze erledigt sein müsste eigentlich. Nee. Warum? Eine 2. Damit kann Denergy, was auch immer am River kommt, als letzte Karte kann er die Hand nicht mehr gewinnen. Und zu wie gehen geht der jetzt? Wenn nicht, egal was kommt. Warum? Und er wird mitgehen. Er schmeißt weg. Gute Entscheidung. Jetzt geht weiter. Es geht weiter. So. Also. So. Sooo.